Conny Polas ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin. Die Stürmerin spielte seit 2011 für den Bundesligisten VfL Wolfsburg, war bis 2011 für die deutsche Nationalmannschaft aktiv und beendete im Sommer 2014 ihre Karriere. Sportliche Karriere Conny Polas stammt aus einer Fußballerfamilie. Ihr Vater war auf lokaler Ebene aktiv, ihre Mutter war einmal Torschützenkönigin bei der BSG Chemie Buna Skopau. Sie selbst begann im Alter von sieben Jahren beim FSV 67 Halle mit dem Fußballspielen im Verein. 1994 wechselte sie zum 1. FFC Turbine Potsdam. Nach einem Intermezzo beim TUS Niederkirchen 1997 kehrte sie nach Potsdam zurück. 2003 spielte sie bei Atlanta Beat in der amerikanischen Profiliga WUSA. Im Sommer 2007 wechselte sie zum 1. FFC Frankfurt. Kurz vor Beginn der Saison 2008-09 wurde bei Polas ein Knorpelschaden diagnostiziert, der sie zu einer Spielpause von über einem Jahr zwang. Erst im Oktober 2009 konnte sie in der 2. Mannschaft des 1. FFC Frankfurt ihr Comeback in einem Pflichtspiel feiern. Zur Saison 2011-12 wechselte sie zum VfL Wolfsburg, mit dem sie 2013 die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann. Am 11. Juni 2013 wurde bekannt gegeben, dass Polas auf Leihbasis zum NWSL-Franchise Washington Spirit wechselt. Nach der Saison 2013-14 beendete sie ihre Karriere. Mit Potsdam wurde Polas zweimal deutsche Meisterin, fünfmal Pokalsiegerin und zweimal Hallenpokalsiegerin. 2002, 2006 und 2011 wurde sie Torschützenkönigin der Bundesliga. Größter Erfolg auf Vereinsebene war der Gewinn der UEFA Women's Champions League in den Jahren 2005, 2008, 2013 und 2014. Bei der Wahl zur Fußballerin des Jahres 2006 belegte sie den zweiten Platz hinter Birgit Prinz. Mit insgesamt 30 Einsätzen ist Conny Polas die Rekordspielerin der U21-Nationalmannschaft. 2002 errang sie beim Nordic Cup den zweiten Platz nach einer Finalniederlage gegen die USA. Ihr Debüt in der Nationalmannschaft feierte sie am 10. Mai 2001 gegen Italien. Am 25. Oktober 2001 erzielte sie im Länderspiel gegen Portugal fünf Tore und übertraf damit die bisher von Heidi Moore gehaltene Bestmarke. Mit der Nationalmannschaft wurde sie 2003 Weltmeisterin. 2005 gewann sie die Europameisterschaft. Bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 und in Peking 2008 gewann sie jeweils die Bronze-Medaille. Im April 2007 wurde sie für das Spiel der FIFA Women's World Stars gegen die chinesische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen aus Anlass der Gruppenauslosung für die WM 2007 nominiert. Bei dem sie in der vierten Minute das erste Tor schoss. Erfolge. Verein Champions League Siegerin. 2005, 2008, 2013, 2014. Deutsche Meisterin. 2004, 2006, 2008, 2013, 2014. DFB-Pokalsiegerin. 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013. Torschützenkönigin der Bundesliga 2002, 2006, 2011. Rekordtorschützin der UEFA Women's Champions League mit 48 Toren. Nationalmannschaft Weltmeisterin 2003, Europameisterin 2005, Bronze-Medaille bei Olympia 2004, 2008. Privat. Conny Polas war Zeitsoldatin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Warendorf. Sie ist staatlich anerkannte Erzieherin und absolvierte ein Sportmanagement-Fernstudium. Im Juli 2014 gründete sie gemeinsam mit ihrer ehemaligen Mannschaftskollegin Navina Omilade sowie dem Sportmanager Philipp Schober die Sportmanagement-Agentur Mainz-Ocker GmbH. Die Mainz-Ocker ist eine Agentur exklusiv für den Frauenfußball und betreut Spielerinnen und Vereine. Am 22. April 2015 brachte sie einen Sohn zur Welt.